Intro Hey Leute und willkommen endlich mal wieder zurück zu Pokémon Unite! Heute wieder Mobile! Weil ich und deiner die Mobile Person noch ein bisschen bevorzugen, weil wir glaube ich von AFK Arena... Nee, was haben wir gespielt, nicht AFK Arena? Arena auf Weyla haben wir gespielt. Von Arena auf Weyla noch immer so geprägt sind, denke ich deiner, oder? Ja, also alle Spiele sind halt irgendwie gleich. Ich möchte es jetzt nicht auch zu bei einem Kampf scheren, aber die Steuerung, wenn man sie einmal kann, kann man alle. Richtig, Steuerung ist meistens gleich. Eberda ist auch mit dabei, moin! Und Eberda spielt auf der Switch, glaube ich, ne? Richtig. Also wir machen so ein Crossplay hier im Video, krasser Scheiß. Aber warum haben wir uns hier versammelt? Ihr seht es glaube ich schon direkt, Leute. Wir sind im Halloween-Update. Der Halloween-Event läuft gerade und wie ihr wisst, das Spiel ist kostenlos. Ihr könnt es gerne mal austesten. Hinten fliegt ein Drift-Zeppeli, Roman Schuppet, ein Traunmark-Fugil. Und ich habe ein bisschen Angst vor diesem Drift-Zeppeli. Er kommt mir verdächtig. Na, mit seinen Tentakeln! Ich hoffe, ihr wisst, dass ein Kinderführer ist. Auf jeden Fall, im Shop, Leute! Gibt es nicht auch neue Sachen? Wer hätte das gedacht? Und zwar zum Beispiel ein komplettes Ausrüstungsset für euren Charakter. Oder den Hut, den ich trage. Einen Rucksack. Ist mal ernsthaft einfach das gleiche wie ein Pokémon GO. Da kannst du ja auch so anpassen. Und natürlich gibt es auch Skins für deinen Pokémon. Wie eben Lucario. Sieht ziemlich cool aus. Aber ja, gibt besseres. So oder so. Ich spiele mit Gengar. Logischerweise ist Halloween. Und das Ganze sieht so aus, als gibt es das nur in dem schnellen Kampf-Modus. Denn da, unter mir, seht ihr Halloween in Maree oder Mare Station. Wie auch immer das heißt. Beim normalen Kampf steht davon nichts. Also denke ich mal, dass Halloween ja jetzt nur da sein wird. Habt ihr eine andere Erfahrung? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Das heißt, es wird ein kurzes Matchi. Wir sind überhaupt nicht eingespielt dahinter. Überhaupt gar nicht. Wir haben schon wochenlang nicht mehr gespielt. Richtig. Wir sind ja auch ehrlich. Wir haben echt schon einmal gespielt, weil... Ja. Ich muss darüber mal ein Video machen, was mich an Unite stört eigentlich. Auf jeden Fall. Trotzdem habe ich immer Bock auf Halloween. Ich habe immer Bock auf Events. Deshalb zocken wir jetzt hier. Genauso wie wir in Call of Duty schon drin waren in Halloween. Und in weiteren Spielen auch noch. Seid ihr zwei bereit? Ja. Dann drücke ich auf Start. Ich sehe das sowas von schief gehen. Das wird sowas von schief gehen. Und natürlich die Map, Leute. Sieht auch komplett anders aus. Ich bin ja auch schon gespannt, wie die aussieht. Voller Kürbis wahrscheinlich, ne? Auch. Ja, wir haben... Im Trailer haben wir doch schon ein bisschen was gesehen. Ich würde sagen, ja, auch im Startbudget hat man gesehen. Eben den Kürbiskopf, wenn ich am Kopf trage. Da steht auch rum. Es gibt einen Bautzi und so weiter und so weiter. Und ja, ich muss leider ohne Ton aufnehmen. Wahrscheinlich gibt es auch Spooky Musik. Kann sein. Immer noch gibt es Poké Musik. Ja. Es geht Poké Musik, wusste ich es doch. Aber nicht in der Auswahl. Vorher, aber... Ich muss wieder meinen Scheiß finden. Wo ist es mein Gengar? Hier. Vorbereitung. Moment. Muss man abchecken. Diese Items sind drin. Mhm, 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 mhm. Okay. Bin bereit. Gengar. Nein, ich habe noch kein Kostüm für Gengar. Das sieht aber verdammt cool aus, was derzeit im sogenannten Battle Pass drin ist. Auf Level 60 ist das, glaube ich. Gengar im Weltraumanzug. Sieht lustig aus. Warum? Weil Nebulak und Al Polo dadurch auch ein anderes Outfit hat. Das finde ich geil. Weil bei meiner Bisa Flora leider zum Beispiel ist halt nur das letzte Outfit. Dann ein Outfit bei Bisa Sam und Bisa Knoss sieht man genau gar nix. Das finde ich schade. Ich kann sogar zeigen kurz, oder? Ja, ich kann sogar zeigen. Cool. Gengar im Weltraum. Er ist schon knuffig. Ich mag es. Ich finde den cool. Finds auch lustig. Hat was. Komisch, weil es hat Gengar kein Halloween-Skin verwirklich. Und einer ist natürlich unser Knuddelhof. Eberda spielt das relativ voll, weiß nicht wann rausgekommene Tourtalk. Aber auch noch relativ neu. Bei uns damals gab es das noch nicht. Schildgrönten Ehre. Yeah. Naja. Ist Sierra Ora noch immer so nervig, Eberda? Nö, es geht mittlerweile. Okay. Hat mir mal einen Knopf drücken müssen. Das war's. Lieberlo Nervt mit der Reichweite. Relax ist sicher noch immer OP. Bin gespannt. Sehr viele Kübisschen. Und wie gesagt, lange nicht mehr im Mobile gespielt, Leute. Verzeiht, wenn wir da jetzt ein bisschen reinscheißen. Aber YOLO, würde ich mal sagen. Deiner, wo bist du? Okay, wir gehen nach unten. Wir gehen nach unten, Heiner. Wir gehen voll hart rein. Und wir haben jetzt auch, genau, wir haben jetzt nicht unsere normalen typischen Items, die wir sonst benutzen, wie zum Beispiel springen, heilen, was auch immer. Sondern wir haben einen Kürbiswurf, hat mir Eber davor erklärt. Mit dem kann man den Gegner in einen Kürbis verwandeln. Ich weiß aber noch nicht, wo das geht. Nö. Versuch's grad mal. Hey! Warum bitte der Kürbis noch umgeworfen? Nein! Der hat das Minion anvisiert. Hahaha! Kein Gott! Das Minion anvisiert. Kürbiswurf! 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 Oh! Wie cool! Wie cool! Dann greift mir da ran, der Kürbis. Das sieht schon lustig aus. Deiner Kürbisie! Nein! Nein! Ich bin selbst ein Kürbis. Du musst den Kürbisn! Du musst den Kürbisn! Hilfe! Ich zöne den an! Ich kürbis ihn! Ich habe ihn gekürzt! Jetzt bin ich auf dem Kürbis! Ich habe ihn zurückgeschleppt! Nein! Der hat sich geheilt an unserem Bärchen! Hahaha! Hilfe! Ich kürbis ihn! Nein! Es ging nicht! Ah! War er grad im Schlafen? Die löschen mich auf der Plattform hier! Was soll man gegen den zwei Tanks denn machen? Was soll man gegen zwei Tanks machen? Ein Problem habe ich leider immer noch. Zum Teil... Kannst sie nicht aufhalten? Nein! Zum Teil sind die Buttons ineinander verschoben. Oh, lol! Okay, das ist scheiße! Ich weiß nie, ob ich dann das treffe, was ich treffe will. Das ist schlecht! Das ist schlecht! Ja, das ist sehr nervig! Aber kann man das wahrscheinlich verschieben, so wie zum Beispiel damals in PUBG Mobile konnte man in Optionen die Knöpfe hinlegen, wo man sie wollte. Ich weiß nicht, ob das hier geht. Kannst du mir aber vorstellen. Müssten wir mal gucken. Ja, aber das ist wirklich sehr, sehr nervig, weil ich dann zum Teil nicht die Knöpfe drücken kann, die ich drücken möchte. Also das ist großer Nachteil am Handy. Ah! Ah! Hilfe! Hilfe! Ich habe sie weggeschubst. Oh, das ist aber cool, dass ich sie wegschubsen kann. Ich habe gerade alle Gegner weggeschubst, die konnten nichts machen. Oh, das ist geil! Das ist so kommt. Ja, ich kann eh nicht aufhalten vom Abgeben des Dingsbums. Und ich kann ja auch nicht töten. Ich weiß nicht, wie ich den töten soll. Juhu! Seien wir mal ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wie ich den reaktivieren soll. Ups! Ist wohl, weil ich plötzlich kein Kürbis mehr mache. Manchmal bin ich verwirrt. Nein! Der hat den Punkt einfach gelöscht. Da ist ein Kürbis! Da ist ein Kürbis! Hahaha! Sieht schon lustig aus. Aber in nur 5 Minuten ist das echt ein harter Modus, ey. Ja. Brrrr! Dadurch, dass man halt immer alle Münzen oder alle Punkte verliert. Ja, stimmt! Das kommt ja auch noch dazu. Genau, du verlierst die Münzen, wenn du gekürbisst wirst. Es ist ein Hardcore-Modus. Es ist ein Hardcore-Modus. Aber für zwischendurch mal sicher lustig. Da ein bisschen rein zu grinden. Weiß halt mal Halloween ist. Weiß halt mal was anderes ist. Nicht immer nur das gleiche Punktesystem. Es ist eine okay Idee. Wie gesagt, ich finde es okay. Oh, da kommt er einfach in unsere Base natürlich. Alles klar, Digga. Nein! Ich werde verfolgt und keiner ist da. Ich wurde gekürbisst. Ich bin nicht mit der Base verteidigen. Wir werden hier in der Base gekürbisst schon. Soweit ist schon. Ich habe Base gekürbis gefressen. Äh. Und weggeschubst. Sieht aber echt lustig aus. Ich mag es auch, dass das in der Nacht natürlich stattfindet logischerweise. Sieht ganz cool aus. Ich werde noch ein kleines Hoppla. Äh. Bleib stehen. Äh. Soll ich ihn selber weggekürbis. Hierzu. Ach. Zehraura. Sie kommen von unten. Äh. Äh. Ich hab's ja auch ein Problem. Ich kürbis ihn. Nein, daneben. Scheiße. Äh. Äh. Aber der wollte mir kürbisn. Der wollte mir kürbisn. Da kommt ein relaxer Fettmopsi. Ah. Ein relaxer. Ach. Ey. Ab zum Kürbisn. Mach es das ein blödsinn. Aber es macht schon irgendwie auch Spaß. Die Zeit läuft gefühlt aber schon ab inzwischen. Ja. Endlich habe ich ihn. Ach. Gott. Relaxen zu kehlen ist echt. Brrrr. Oh. Äh. Äh. Betont. Aber hey. Endlich mal wieder ein Kehlchen. Scheibenkleister. Laufknuddel. Laufknuddel. Yeah. Naja. Wie gesagt. Komm halt echt gar nicht zum abgeben. Ja. Nicht bei ansatzweise. Wir wurden von relaxo und lamus zwei Defendern unten komplett gekockt. Aber es war recht nicht. Also ne. 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 Das hat gefällt drei Jahre gedauert. Aber er hat ein Hopploges snack. Kann man auch Viecherkübis machen? Geht das nicht mehr. Geht das nicht mehr. Geht das nicht mehr. Ja doch doch. Es gab es. Alles klar. Das ging mal so schnell wie ich hab's nicht mal gesehen. Ich hab's nicht mehr gesehen. Ich hab's. 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 Verpiss dich. Nein. Ich hab's. Ich hab's. Null abgehen. Wir haben gewonnen. Was? Was? Wer hat das gemacht? War doch gut, dass ich mich durchgeschlichen hab. Wer hat's gemacht? Diana. Mega. GG. Hab ich durchgeschlichen. Verdienter MVP von Diana. Nehmen wir mal die Kamera aus. Dann sehen wir's. Verdienter MVP. Daumen hoch für Diana und Evertor. Äh. Ihr habt so reingeschissen. Ich seht's. Ich konnte nicht abgeben. Hab's ja selber gesehen. Ich komm bei Lamus und relax einfach nicht vorbei. Aber ist ein spaßiger, schneller Modus. Wie gesagt. Vor allem freut sich, dass Diana den MVP gesnackt hat. Es sieht schon schön aus. Äh. Ich mag die Umgebung. Ich mag ja Nacht sowieso. Das find ich immer schön. Da haben wir's ganz normal zu sehen. Hm. Trotzdem hätt ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Warum nicht im 5 gegen 5 zum Beispiel. Vielleicht kommt's noch. Weiß ich nicht, ne? Ja. Vielleicht zieh ich noch random ins Kino. Nein. Ich hab schon neue schwarze Socken. Oh mein Gott. Endlich. Das liebe ich auch so an dem Spiel. Ja. Meine zwölften Socken. Ich freu mich. Hahaha. Aber natürlich gibt's auch Event-Visionen, die ihr abschließen müsst. Wie zum Beispiel euch täglich einloggen. Diese Kürbisse, die du bekommst, die kannst du eintauschen. Wenn du einen Arsch voll Kürbisse hast, kannst du nämlich auch zum Beispiel Schlagraffel holen. Ne? Das neue Eichenchen. 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 Hier auch. Und die Boxen kannst du in deiner Itembox öffnen. Uuuu. 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 Wir gehen kurz in die Itembox, möchte ich finden. Ähm. Kampfeitems, getragene Items. Wo? Weiter unten. Wie weit unten? Auf der linken Seite. Ah, okay. Hier eröffne ich die. Okay. Was da drin ist. Ah, ich hab' eine Chance. Ja, viele Kübel sicher. Zwei erhalten. Okay. Und... Fünf. Okay. Ich hab' jetzt also 19. Heißt das, ohne Scheiß, ich bin nach einer Runde jetzt kurz vor Schlagraffel oder sehe ich das falsch? Äh. Ich... Schlagraffel kostet viel mehr. Dachte ich nicht. Moment mal. Ähm. Ah doch. Man hat's nicht gesehen, so klein. 70. Sind 70. Ja, ich dachte dann 20. Das ist doch kleiner wenig. Okay, aber das geht schnell. Vor allem, du kannst auch riskieren, hm, dir Boxen zu holen mit den Kübissen, ne? Ja, aber ich will kurz dazu sagen, ich hab' vier davon schon geöffnet. Ja. Und dreimal nur einen bekommen und dreimal zwei. Also... Die machen jetzt richtig, Leute. Die machen jetzt richtig. Aber ja, ich find' schade, dass es nicht mehr Skins gibt. Ja, dass die große Map sich nicht geändert hat. Dass der Modus quasi einem jetzt aufgezwungen wird in vielen Spielen, ne? So wie jetzt in Call of Duty zum Beispiel. Ähm. Ja. Prinzipiell nicht schlecht. Macht süßen und Spaß. Mich verwirrt es aber eher mit den Kübissen. Aber Hauptsache, ich hab's mal gesehen. Ich war mal dabei. Hauptsache, ihr habt's mal gesehen. Und ich glaub', Diane ist auch nicht so begeistert von dem Modus. Ne, also nicht so ganz. Das mit den Kübissen find' ich ein bisschen komisch. Dass die Matches natürlich kürzer sind und im Prinzip genauso aufgebaut sind wie die großen Matches, find' ich ganz gut. Ja, 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 ja. Das ist okay. Ja. Aber es kann halt echt schnell stressig werden mit den Kübissen. Natürlich. Alter. Dass du die Münzen verlierst und alles. Bäh. Aber hey. Es war mal das erste Halloween Event von Unite. Wenn's das Spiel nächstes Jahr noch geben soll. Bin ich mal gespannt. Ähm. Wie's dann dort aussieht, ne. Was sie sich da einfallen lassen. Im nächsten Halloween Update. Denke ich mir schon, dass das nächste Jahr einfallen lassen. Wer denn? Vielleicht kommt da noch was, was ich jetzt noch nicht weiß. An Halloween zum Beispiel, ne. Weil heute nehmen wir grad am 20.10. auf. Ähm. Wir lassen uns auf uns zukommen. Eure Meinung zum Halloween Event gerne in die Kommentare zu Unite. Spielt ihr es überhaupt noch? Mobile? Switch? Wenn ja, wo? Lasst's mich mal ein bisschen wissen. Ein bisschen Infos sammeln. Daumen nach oben, wenn ich zwischendurch wieder ein bisschen mehr Unite spielen soll. Und danke Eberda und Deiner fürs Mitzocken. Immer gerne doch. Leute. Vergesst zu abonnieren. Haut rein. Und jetzt viel Spaß auf der Endcard mit allen anderen Unite Videos. Und der Playlist von den Halloween Games, die ich so zocke. Haut rein. Und. Ciao. Tschüssi. Aui. Und ein riesen Dank natürlich auch an meine Top-Kanal-Mitglieder. Ohne die, die die ganzen Videos überhaupt gar nicht möglich wären. Scha Bruder Ultra Instinct. Black XJ. Wehrhase Super Saiyajin Blue. Und. Wehrhase Red. Wehrhase-Section. Patrick S. Hakai Shin. Dennis V. LSSJ. Broly. Sascha N. Und Benjamin W. Herzlichen Dank. Willst du auch den Kanal supporten? Guck einfach in die Videobeschreibung. Willst du auch den Kanaler? Guys. Du auch den Kanaler? No? Willst du auch den Kanaler? Nach dir.